Wir sind die Spirit Fingers, eine Hip-Hop-Tanzgruppe aus Töging. Wir sind zehn Mädels im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Wir machen jedes Jahr ein Shooting, weil wir einfach immer wieder wechseln die Mädels. Manchmal geht eine oder kommt dazu, dass wir einfach aktuelle Fotos haben für Flyer oder für die Zeitung eben. Also ich bin schon seit zwei Jahren mittlerweile mit den Spirit Fingers unterwegs. Es kommt gelegentlich zu ein paar Shootings. Wir haben immer coole Ideen und es macht Spaß. Die sind auf jeden Fall eine super tolle Truppe.